Die Flops der Woche, das sind einmal meine Lateinlehrerin, seine Physiklehrerin, bei mir ist es meine Lateinlehrerin. Hey Leute und Willkommen zu Tryjump und ja, nach langer Zeit kommt auch nochmal MyCraft auf meinem Kanal, mit dem lieben Pixel Assassin. Hey, MyCraft ist dann ja auch nicht mehr gekommen. Ich habe eben meine erste Runde gespielt, seit gefühlten 5 Wochen, ja das wird schon so hinhauen Kappa. Aber wir haben ja gewonnen, ich hab es gewonnen. Oder sagen wir, ich gehe halt jeden Tag mal eine Runde, naja, eigentlich nicht jeden, sagen wir mal einmal pro Woche habe ich Rage Mode gespielt und sonst habe ich irgendwie nie wirklich was gemacht, also außer für die Aufnahmen halt. Und ja, deswegen dachte ich, kommt heute einfach nochmal Minecraft und ja, wir reden einfach mal über die Themen, über das, was ich mir am Tag auf meinem Kanal bringen möchte, über das, wie es bei euch ankommt, das, was ich auf meinem Kanal bringen möchte. Und ja, ich würde einfach mal anfangen, wir fangen an mit The Forest, das ist, ja, ein Let's Play, was mir ziemlich viel Bock macht, wo die Zeit ziemlich schnell vergeht, muss ich ehrlich sagen. Ja, mir auch. Das ist einfach, das ist der Hammer, man fängt an aufzunehmen, man guckt die ganze Zeit ein bisschen auf die Uhren, sieht auf einmal so, okay, fünf Minuten rum, hey, wieso gehen die so schnell? Und ja, es ist einfach ein Let's Play, das mir mega viel Spaß macht mit dem Pixel und ja, ich hoffe, dass ihr das weiterhin ein bisschen supporten werdet. Die erste Folge kam ja so mager an, zweite weiß ich jetzt noch nicht, die ist noch nicht hochgeladen von der Aufnahmesicht hier und ja, dann wird demnächst noch GTA kommen. Ich denke mal, dass ich den Fairbus Simulator mal jetzt playen werde, weil ich richtig Bock darauf habe und ja, es wird richtig lustig auf jeden Fall. Jetzt kommt da bunt auf meinem Kanal, weil ich keinen Bock mehr habe, eintönige, okay, keine eintönige Kacke zu machen, so. Ich möchte das Ganze jetzt nur noch schaffen, Alter, ich bin bei Outback, das ist so ein Drecksmodul. Ja, bei mir ist auch ein Drecksmodul, ich war eine Woche nicht da, zwei Wochen, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr, irgendwie hochgeladen, einfach die Post ist ausgegangen. Da war irgendwas mit mir, die CPU, war kaputt. Ja, die ist ja mehrmals überhitzt. Naja, obwohl ich sagen muss, meine würde bei The Forest, ich glaube, mittlerweile geht's wieder, aber die war am Anfang auch, oder bei Battlefield, da arbeitet mein Kühler so unheimlich hart, der tut wirklich, man hört den richtig laut, wie er sich dreht. Mein PC ist auf 60 oder 70 Grad einfach und ich denke mir so, okay, sagen wir mal, so eine Durchschnittstemperatur von dem PC sind bei Minecraft, keine Ahnung, 40, 50 Grad, das ist schon relativ hoch, aber das liegt daran, dass ich jede Menge Scheiße im Hintergrund laufen habe. Und dann ist das schon echt ziemlich krass. Nice, das habe ich auch mal gekonnt, aber ich werde alt, das weißt du ja, ich werde ziemlich alt. Ja, man, du bist 15. Das habe ich damals auch öfters versucht, dieses Modul, Alter, das war richtig schrecklich. So, ich würde es feiern, wenn ich dieses Ganze hier überhaupt mal schaffen würde, aber ja. Nein! So, die zweite Runde, das wäre schon echt Premium, wenn ich das schaffen würde. So. Natürlich, ich mache es mal dreimal so gut für. Auf jeden Fall können ihr noch ein paar Games in die Comments schreiben, worauf ihr Bock habt. Ähm, ja, wie gesagt, The Forest wird jetzt vorübergehend auf jeden Fall mal so 10, 15 Folgen kommen. Ähm, ist für das erste geplant, so für die erste Staffel. Wie gesagt, ich wollte das Ganze jetzt eh in Staffeln unterteilen. Und, äh, da werde ich die erste Staffel Forest jetzt ein bisschen bringen, da werden das so 10 Folgen oder so. Und, ja, Leute, danach wird auf jeden Fall, währenddessen wird auch auf jeden Fall mal ein bisschen GTA kommen. Da werde ich euch vielleicht mal ein paar Mods vorstellen, die auf jeden Fall ziemlich Bock machen. Oder halt, ähm, ja, vielleicht auf den Fernbus Simulator das ein oder andere mal bringen. Aber, ja, das könnt ihr euch natürlich aussuchen, könnt ihr mal gerne in die Comments schreiben. Resident Evil habe ich auch, ich weiß nur nicht, ob ich das hochladen soll. Ich meine, mit Facecam wäre es wirklich Premium, wenn man mein Face sieht. Aber, nee. Ich will es ja auch keine sehen. Also, der es geschafft hat. Ey, ich finde es so schwer. Das ist richtig schwierig, das letzte. Man, ich kann hier diesen, ich habe diesen Sprung jetzt geschafft, super. Und der ist viel weiter vorne, die sind beide weiter vorne. 3,000 Coins hat er. Ich habe hier 2400. Ja, ich glaube, da kann man sich nicht gerade so viel kaufen. Ich habe mir eine Hose gekauft, auf den Sehen. Zwei Hosen. Ich habe Sharp 3, ja, das ist jetzt, naja. Ähm, das da, als ob du dir jetzt drei Hosen gekauft hast. Pixel, du hast eh noch nicht so viele Coins. Äh, ich kann nicht, ich kann nicht zaubern in diesem Markt. Äh, nee, Rechtsklick. Das ist wirklich was. Und Leute, wie ihr sicher schon gesehen habt, ja, das ist ein neues Texture Pack. Hashtag Dampflok, Hashtag Fury, zwei incoming. Und ja, mein Teammate könnt ihr auch mal in den Kommentaren erraten, wer das Video bis jetzt geguckt hat. Dann brauchen wir natürlich wieder die Flops der Woche. Das sind einmal meine Lateinlehrerin. Hehehe, Physiklehrerin. Hehehe, seine Physiklehrerin. Bei mir ist es meine Lateinlehrerin. Grüße, falls das Video gesehen wird. Ja, wenn ich gar nicht. Hier war quasi meine Mathelehrerin. Nee, schau mal. Und Grüße gehen raus an... Sinja, die wollte gegrüßt werden in einem Video von mir. Sinja, grüße an dich. Freut mich, dass du das Video bis hierhin geguckt hast. Oder ich dir sagen muss, dass du es bis hierhin guckst. Ja, hörst du mal auf mir. Achso, ich muss noch skippen, scheiße. Ich sehe meinen guten Freund grüßen Oskar. Den grüßen Oskar. Ja gut, das war es jetzt. Grüßen ist okay. Das waren Tops und Flops der Woche. Flops natürlich Lateinlehrer. Ich meine, okay, hi. Lateinlehrer sind immer unerwünscht. Hallo, sag mal, bist du komplett behindert? Kannst du nicht mal richtig jemanden verfolgen? Oh, Hilfe. Oh, Schätzle. Nein, ich bin so richtig low. Ich bin mir zu kass. Kass sie. Hä, ich glaube, dieses Mädel hier hat keine Waffe. Klopp. Ach, komm doch. Sie hat eine Waffe aufgesammelt, so. Oh. Ich töte gerade alles. Und lecke mich jetzt. Okay, ich töte auch ziemlich vieles. Weil die hier alle ziemlich schlecht schieben. Ich lecke. Hier leckt gerade der Server, habe ich das Gefühl. Der Server. Ja, der Server ist. Also ich lecke. So, den habe ich auch gekillt. Passt schon. Und gebe ich in der Idee. Oh, dieser undefiniert ist so. Oh. Nein. Pixel, das ist ein richtig krasses Team, was wir hier machen. Alter, wir sind noch bei denen. Wir legen 1A-Team hin. Was hast du für eine Waffe, also wie viel Sharp hast? Äh, ich lecke bei. Okay, dann passt das, habe ich auch. So, dann lass weiter drauf. Der Server leckt. Der Server leckt auch. Oh Gott, undiffi. Hallo, was machst du? Ich lege. Oder den Server leckt. Nein. Der Typ verfolgt mich. Ja, den. So, den anderen habe ich jetzt noch. Oh Gott. Alter, was ist das denn hier für eine Runde? Die ist doch nicht mehr normal. Ich habe jetzt Sharp 3. Ja, habe ich auch schon. Oh. Ey, der Server leckt einfach. Ich muss noch mal was essen. Alter, ich habe dauerhaft schon Regeneration, weil ich so viele kille. Oh, so. Bist du bereit, Schatzi? Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Kann ich noch eine Angel haben? Weil ich habe noch keine. Ja, ja. Danke. So. Du bist raus. Ich habe die Runde. Ja, Leute, wenn euch diese heutige Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da. Schöne Grüße an alle, die das Video bis jetzt gesehen haben, Leute. Denkt daran, das Video zu liken. Guckt bei Pixel natürlich vorbei. Schreibt, mit wem ich noch aufnehmen könnte. Schreibt die Spiele, die ihr jetzt sehen wollt auf meinem Kanal. Und schreibt irgendwas rein. Keine Ahnung. Schreibt, wo ihr das Hallo. Ich habe das Video bis zum Ende geguckt. Ja. Oder einfach ein Emoji, würde ich sagen. Dann wünsche ich mir euch noch einen wunderschönen Morgenmittag. Oder, Alter, jetzt leckt mein Minecraft. Alles klar. Wünsche mir euch noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Mein Minecraft hat einen kleinen Bug gerade wieder. Das ist manchmal so, wenn man einen geilen PC hat, Leute. Ich bin willkommen in der Partner. Bis zum nächsten Mal. Checkt meine Social Media aus. Like das Video. Und ciao.